Yo Freunde, was geht ab? Willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Staffel 2. Ja, wie ihr vielleicht sehen könnt, hat sich heute der Minecraft Bildschirm hier etwas geändert. Das liegt auch daran, dass ich jetzt hier im Hauptmenü bin. Ja, ich habe nämlich heute mal ein neues Texture Pack installiert. Ist so ähnlich wie das Default, aber es ist das Weightful 32er Pack. Vedix Weightful 32x32, damit schlagen wir uns heute ein bisschen rum. Und auch die nächsten Folgen der Staffel 2 schlagen wir uns etwas mit dem Fateful rum. Und es sieht schon richtig geil aus. Ist auch alles animiert hier durch die 1.8. Ist extra für die 1.8 gedownloadet. Und ich finde es einfach so smoothig, dieses Texture Pack. So ein Smooth Texture Pack ist das. Und es ist einfach so, es läuft auch so flüssig. Jetzt haben wir hier 180 FPS mittlerweile. Und bei dem Default hatten wir gerade mal 120. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich vielleicht mal hier die Build Rate 120 FPS reicht. Wir machen mal sichtweite 15 Chunks. So, schon viel besser. Was haben wir denn da oben? Der liebe Mond. Hey, haben wir schon lange nicht mehr gesehen in Minecraft. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal pennen hier. Weil ich meine, es ist gleich Mitternacht und wir müssen leider ins Bett so langsam. Ja, gut. So, hier kommt... Hier kann aber was reinkommen, Leute. Hier haben wir Scheiße gebaut. Deswegen müssen wir heute mal weiterbauen. Hier unsere große, große, große Terrasse. Und hier ist immer noch die Sashis ARK-Bude. Der die letzte Folge gesehen hat, weiß, dass wir es ARK-Bude genannt haben. Und, ja, äh... Gibt es das jetzt in Farbe? Fuck, das gibt es in Farbe. Hm, okay. Müssen wir doch unser teures Holz hier verbraten. Das schöne Eichenholz aus dem Baumarkt da hinten. Ja. Naja, ist ja auch scheißegal jetzt hier. So einmal. Und dann dieser Baum muss eh weg. Dieser Affelbaum muss hier weg. So. Gut. Und... What the fuck? Ähm... Ja... Ich verstehe. Ge... Geister Weißbrot. Hier ist ein Geister. Gollol. Hier ist ein Geister Weißbrot. Was ist das? Das sieht aus wie... Wie so ein komischer... Wie... Wie... Wie so ein... Exoskelett aus Advanced Warfare sieht es aus. Alter. What the fuck? Ähm... 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 Äh, ich glaube, ich habe schon einen Namen für die Folge. What? Zu... Äh, okay. Aber solange wir das noch spielen können, ist ja gut. Warte mal. Ich weiß, ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Wenn wir jetzt mal die Sichtweite auf 14 stellen. Was passiert dann? Ne, immer noch nicht. Ich dachte, das liegt nämlich an der Sichtweite. Kann ja sein. Liegt vielleicht an der 1.8 oder an dem Text-Shopeck. Warte, ich wechsle mal gerade das Text-Shopeck. Sorry, das jetzt kurz hier etwas ausprobieren. So, jetzt sind wir wieder im Default. Und... Ne. Also, sorry. Äh, unser Skin ist jetzt leider weg. Aber ich meine, uns stört... Also, mich stört es nicht, wenn hier oben so ein Arm ist. Ich meine, wir spielen... Immer nur so. Wir spielen ja nicht so. So zocken wir nicht. Wir zocken so. Und solange unsere Arme da, ist es ja gut. Wenn es mal so wäre, wäre es kritisch. Ja, und das hier stört mich gar nicht. Brauche ich schon mal nicht. Das ist... Dieses Fell da oben. Naja. Vielleicht habe ich es ja in der nächsten Folge mal behoben. Dass wir dann, ähm, normal weiterzocken können. Okay, ich gehe jetzt nochmal ins Fadeful rein. Gefällt mir irgendwie voll besser. So. Gut. Ja, ähm, ich wollte hier heute anfangen zu bauen. Bauen, bauen. Hier. Jo. Hier ist alles gut, oder? Jo. Das kann man so lassen. Hier fällt nichts runter. Kann ja eh nicht in Minecraft. Und jetzt sieht das hier so lustig aus, wenn man hier so einen Block hält. Oh Gott. Scary Skin, Leute. Ja. Gut. Wart mal. Dann kommt man hier hoch. Geht hier so rein. Und hier muss dann irgendwie geschützt sein, hier. So. Am besten einen Zaun. Ja, genau. Einen Zaun müssen wir hinbauen. Aber dafür müssen wir noch etwas Holz holen. Hält mir gerade ein. Wir haben nämlich schon noch 37 Holz. Das reicht nicht für, äh, so ein Zäunchen. Aber ich glaube, man bekommt drei oder vier Zäune mittlerweile schon raus. In dieser Version. Und in der nächsten Folge machen wir einfach mal die 1.7 Version. Vielleicht ist es da besser. Ich meine, die 1.7 ist fast das gleiche wie die 1.8. Nur, dass es in der 1.8 Hasen gibt. Aber für was brauchen wir Hasen? Die droppen eh kein Fleisch. So viel Schweiß. Und. Jo. Ich würde dann auch sagen, äh, wir gehen gleich schweren Atmens hier rüber. Und craften uns hier eine schöne Terrasse hier entlang. Bis dahinter. Dass wir hier ein großes Haus noch draufstellen können. Ich habe so viele, ähm, Zukunftsszenarien im Kopf. Weiß ich jetzt richtig? Weiß ich gar nicht. Szenarien. Ne, Szenarien ist, glaube ich, ein Ereignis. Dann, äh, Baubläne, sagen wir einfach mal. So. Schön die Blümen schon weg, dass die keine auf den Kopf kommen hier. Komm schön. Die bekommen jetzt eine auf den Kopf, die Blümen. Die Blümen. Die Blümen, meine ich natürlich. So. So. So, das dauert jetzt hier etwas. Kurz. So, wir müssen mal ein bisschen schwätzen. Jo. Und heute habe ich auch, äh, bei der Aufnahme einen schönen Energy hier dabei. Mag es, sage ich das natürlich nicht. Wegen Schutz. Und, ja. Ich trink mal kurz was, schnell. So. Schmeckt immer wieder gut. Einen schönen Energy am frühen Morgen. So. Gut. Ich schon mein gut. Jetzt fange ich gut an. Jetzt fange ich mit gut an. Letztens hatte ich es mit, äh, was war das nochmal mit? Ich würde sagen. Jetzt fange ich mit gut an. Ich habe immer was. Jeden Tag. Bin auch fast immer erkältet. Ich bin schon seit vier oder fünf Wochen jetzt erkältet. Aber das Thema hatten wir schon in einer der letzten Folgen. Dass es immer so weiter geht, so rund, rund, rund. Dann ist jemand da aus der Klasse wieder krank. Dann bin ich krank. Dann stecke ich die an. Dann stecken die mich wieder an. Dann stecke ich jemand anderes aus der Familie an. Dann stecken die mich wieder an. Und so weiter. Schon scheiße. Und die Blätter hier nerven. Wirklich, ihr nervt, Leute. Leute, das sind keine Lebewesen. Doch, es sind Lebewesen. Wir wissen, Blätter sind Lebewesen. Ihr könnt auch darüber diskutieren in den Comments. Sind Blätter Lebewesen? Ja oder nein? Nein. Also für mich sind es Lebewesen. Weil sie sich ernähren. Sie können sich bewegen. Natürlich nur durch den Wind. Aber sie können sich bewegen. Und, ähm, ja. Und sie können sich halt bewegen. Und sie, äh, halten uns so gesagt am Leben. Weil ohne Bäume könnten die Menschen nicht existieren. Weil die Bäume und die Blätter geben Sauerstoff. Durch diese Photosynthese oder wie man das nennt. Hatten wir alles meinen Bio-Unterricht. Hab schon wieder alles vergessen. Weil wir das in der, in der Berufsschule gar nicht mehr haben. In der BWS. Und, ja. Ich weiß gar nichts Biologisches mehr. Ich kenn nur noch jetzt Technik, Mathe, Deutsch und Englisch. Mehr kann ich nicht mehr. Und das andere hab ich alles vergessen. Navi, Bio, alles. Singen, Musikunterricht, Tanzunterricht. Alles vergessen. Wir hatten ja auch in der alten Schule immer Tanzunterricht. Ja. Also jetzt kein Ballett. So gesagt, wir haben so Walzer, Drumstyle, alles getanzt. Und das war schon wirklich cool. Und jetzt bauen wir noch als nächstes Zäune. Dafür müssen wir ganz vieles Digis hier haben. Die bauen wir jetzt mal alle hier auf. So. Ah, jetzt müssen wir das hier so machen. Jetzt brauchen wir noch ganz viel Holz. Holz, Holz, Holz. Da bauen wir jetzt am besten hier die, die Birken ab. Und, ja, was ich auch noch schnell sagen wollte, ist, äh, ich hab ja gestern oder in der vorletzten Folge angesprochen, dass ich, ähm, irgendwann mal den, also demnächst den Minecraft Story Mode spielen will. Ja, da gibt's jetzt ein paar technische Probleme damit, weil ich hab nämlich gelesen, dass, ähm, dieses Spiel maximal auf Windows XP läuft und da ich, äh, demnächst mir schon Windows, also von Windows 8 auf Windows 10 hole, ist es kritisch, ähm, dieses Spiel spielen zu können auf Windows 10 oder Windows 8. Und jetzt hab ich grad weißes Holz gemacht. Naja, bisschen Mischmasch ist auch schön, oder? Wie sieht denn das aus? Boah, kann man lassen, Leute, kann man lassen. So, hier kommt dann, äh, das, hier kommt dann ein Zauntor hin. Hier kommt dann so, 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 so. Na toll, jetzt haben wir hier wieder natürlich, ähm, nix hier zum, ja. Ja, hier haben wir natürlich wieder dieser schöne Fail, dass man hier nicht, naja. Hoffentlich kommt hier nix durch und wir können hier in Ruhe, äh, unser, was machen wir mal, auf hier. Und können hier in Ruhe unser Dings machen. Wie heißt unser, unseren Rundgang hier so ein bisschen um unsere Festung hier. Wird ja schon eine schöne Festung, was wir hier bauen. Und, ja. Jetzt haben wir hier noch das hier. Noch etwas Holz sammeln und in ein paar Minuten ist auch die Folge wieder rum. Och, so ein Scheiße. Vielleicht kommen heute drei. Vielleicht. Aber es kommen heute zwei, das verspreche ich, aber drei kommen vielleicht. Aber zwei kommen. Ja. Gut, und ja, das jetzt mit dem Story Mode. Das tut mir jetzt wirklich leid, ich meine, den jetzt zu kaufen für, ähm, 30 Euro. Der soll nämlich 30 Euro kosten. Und, dass er da nicht geht, das ist unnötiges Geld dann gewesen. Und, deswegen warten wir erstmal, ähm, die Ferien ab. Und, ich gebe euch schon Bescheid, wenn der Story Mode auf meinem PC spielbar ist. Dann spielen wir jetzt natürlich auch. Es kann sein, dass es Mitte oder Ende der Herbstferien jetzt kommt. Und, oder vielleicht auch gar nicht, wenn es gar nicht geht. Weil, ich meine, unnötiges Geld muss man nicht ausgeben dafür. Für was, was nicht geht. Und, ja. Wirdet ihr auch nicht tun, wenn ihr jetzt ein Spiel holt, was für Windows ME ist. Und, ihr habt Windows 12 schon vielleicht. Und, ja, das wird dann auch nicht gehen. Und hier hat ein Spiel, das wir 50 Euro gekauft. Herzlichen Glückwunsch, dann habt ihr verloren. Das geht nicht, das Spiel. So, hier kommt keiner durch. Das ist gut. Hier müssen wir auch noch etwas machen. Vielleicht machen wir hier... Ich habe eine Idee, was wir hier machen. Das kommt mal weg. Dann machen wir hier einfach, äh, so ein Holzblöckchen hin. Ein Holzblöckchen in dieser Form. Machen wir jetzt noch schnell. So. So. Haben wir noch ein bisschen Eichenholz, Britta. So. Machen wir das jetzt einfach. Und hierhin kommt dann eine Fackel. Genau. Das ist dann zur Erleuchtung, äh, Gottes hier. Gottes Licht. Darum sieht man schon die Sterne. Und an, ähm, dieser, oh, komm, wir bauen noch gerade schnell unser Haus hier an. Ich meine, ich möchte ja noch ein größeres Haus hier hinbauen. Das kommt dann hier so rüber, hierhin. Oder wir bauen es hier so drüber. Naja, ich meine, wir machen es doch jetzt nicht mehr. Wir können gerade mal noch, ups, salat. Ich kann gerade mal noch gucken. Hier hoch gehen wir dann. So. Was soll das hier? Wir brauchen noch schon schnell eine Leiter hier. So. 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 Gut. Dann würde ich sagen, auf diesem Dach hier verabschiede ich mich von dieser Folge. Und bedanke mich für das herzliche Zuschauen. Und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Gut, ähm. Ich bin jetzt hier raus. Und, äh, ihr haut natürlich wieder fleißig rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Sashi LP. Euer Sashi LP.